Hallo, ich bin Ines und ich möchte Ihnen heute Zenders vorstellen. Sie kennen das bestimmt auch, die Baustelle ist chaotisch, Sie haben viele Abstimmungstermine, es geht mal was schief, man hat viele WhatsApp-Fotos, Nachrichten, E-Mails, Besprechungen und am Ende wird man doch nicht rechtzeitig fertig und muss irgendwie noch Leute nachschieben. Und genau da setzt Zenders an und das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Mit Zenders gehen wir weg von den Fehlern zur Fehlervermeidung. Wir haben hier die Pläne digital und wenn ich jetzt auf den Plan draufgehe, man sieht ganz viele rote Punkte und grüne und blaue Punkte und ich sehe sozusagen sofort mit einem Blick, wie weit sind wir. Das sind alle meine Aufgaben, die ich automatisiert gesetzt habe, also gar nicht von Hand, sondern schön automatisch und ich kann die den Leuten zuordnen und sofort sehen, wo ist was zu tun. Die Leute wissen, okay, was sind da alles für Schritte zu tun und wenn ich das erledigt habe, fertig, sehe ich sofort, okay, wir sind einen Schritt weiter. Am Ende kann ich mit drei, vier Klicks Dokumentation rauslassen, auch Mängelberichte, Nachträge, Bilder hinterlegen, also alles, was man auch so für Dokumentation braucht, ist natürlich auch möglich und ich kann einfach sicherstellen, dass ich weniger Fehler habe, alles in der Zeit ist und nicht sogar noch die Dokumentation, Bautagesberichte, alles was eh gemacht werden muss und heute oft auf Papier passiert, erledigt ist. Und wenn Sie es interessiert, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir stellen es Ihnen vor, entweder vor Ort oder per Teams und helfen Ihnen natürlich auch gerne bei der Einrichtung. Und wie Ihre Mitarbeiter Zenders mobil nutzen können, zeigt Ihnen jetzt mein Kollege Paul. Hi, ich bin Paul und ich will euch heute einfach mal unsere digitale Baustellen Software Zenders vorstellen. Ihr kennt das vielleicht ganz konkret aus eurem Praxisalltag, ihr müsst Fotos via WhatsApp dokumentieren, euer Chef will von euch die Fortschrittskontrolle eurer einzelnen Aufgaben wissen oder ihr kommt auf eine Baustelle. Ja, da sieht die Realität vielleicht auch ein bisschen anders aus als auf dem Plan. Ersichtlich, ihr habt hier eine Rückfrage oder ganz klassisch, der Kunde kommt noch mit einem Nachtrag um die Ecke, die ihr noch dokumentieren müsst. Das Ganze macht ihr dann irgendwie am Ende per Telefon oder per WhatsApp. Und wie das Ganze jetzt digital in einer Plattform mit Zenders funktioniert, zeige ich euch jetzt einfach mal mit unserer mobilen Ansicht, dass ihr ganz konkret auch mal seht, wie das auf der Baustelle aussehen würde. Die Idee von Zenders ist, dass wir mit digitalen Plänen arbeiten. Heißt konkret, alle projektbeteiligten Personen arbeiten auf einer Plattform und haben einen Ort der Wahrheit. Ihr seht jetzt vielleicht hier auf meinem Plan schon ganz viele Pünktchen. Diese Pünktchen sind sogenannte Aufgaben und symbolisieren, dass an dieser Ort, an diesem Ort irgendwas zu erledigen ist. Wir zoomen einfach mal rein und schauen uns hier oben mal dieses Pünktchen an. Dieses Pünktchen ist in diesem Fall einfach mal ein Brandschot System F. Heißt ganz konkret, wir würden jetzt einfach mal die Vorleistung prüfen als Monteur und sehen dann automatisiert, die Ticketfarbe ändert sich. Und das ist meine Fortschrittskontrolle. Heißt, wir stellen den Monteuren eine standardisierte Checkliste zur Verfügung, anhand derer sie die Aufgaben abhaken können. Das machen wir jetzt einfach mal. Die Farbe ändert sich. Wir haben jetzt die Dokumentation erstellt. Das sehen wir dann hier unten. Hier ist auch schon quasi im Anhang die Zulassung hinterlegt. Ich sehe hier ganz konkret, welcher Mitarbeiter dafür verantwortlich ist. Das bin sogar in dem Fall ich selbst. Ich soll das heute am 12.06. einmal durchführen. Dann kann ich noch klassisch Fotos hinterlegen, Kommentare hinzufügen und habe somit aufgabenbezogen meine ganze Dokumentation einmal durchgeführt. Jeder, der dem Projekt angehörig ist, weiß Bescheid, wie weit sind wir jetzt hier. Und am Ende des Tages muss mein Bauleiter nicht mehr mit mir telefonieren, sondern er kann einfach in Zenders ins Ticket gucken. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie das Ganze vielleicht in eurem Praxisalltag einmal aussieht und wie das bei euch vielleicht anwendbar ist, kommt gerne auf uns zu. Wir stellen die Software digital oder vor Ort gerne einmal vor, sodass ihr die im Nachgang einmal testen und ausprobieren könnt.